Mari Mandzukic und mit seinem Juve-Mannschafts-Team. Ja, es hatte einfach 4 Spiele bei Mandzukic gespielt. Mandzukic wechselt bei Juventus Torin. Und er wechselt bei Kata. Er spielt bei Dani Carby. Mari Mandzukic ist 10 Millionen und 3.3 Mark wert. Und ja, dann hoffentlich hat er Omega-Virt durchgemacht. Mit Benatir und ja. Und ja, Mari Mandzukic hat schon gut gespielt in dieser Saison, Leute. Letztes Jahr hat er auch gut gespielt. Und darum gehen wir einfach mal in Transfermarkt und dann machen wir was aktuell. Hier steht es nicht. Mari Mandzukic. Mari Mandzukic. Okay, er wechselt. Und ja, Leute. Hoffentlich hat das Video gefallen, Leute. Gib das Video da mal hoch, Leute. Verpasst nicht zu abonnieren und Glocke aktivieren. Ja, Leute. Das war's mit dem Video, Leute. Also, Video gefallen, Leute. Gib das Video da mal hoch. Und ja, bis auf.